Wir haben jetzt schon eine halbe Stunde aufgestellt und du hast immer noch nicht mit uns angeschaut. Du bist großartig, wirklich. Mein Glas ist schon halb leer, obwohl ich noch keinen Schluck getrunken habe. Die Hälfte habe ich geöffnet. Genau. Wollte ich schon mal sagen. Ich habe das nachhaltig machen. Aber ansonsten war es gut mit dir. Geht mir sehr gut, danke. Aber jetzt kommst du gleich. Jetzt kommst du gleich schon mal hin. Äh, ne noch nicht. Doch, jetzt kommst du. Ich nehm schon mal ein Häppchen zwischen dir. Hat's nicht gefallen. Das war super. Das war super. Ich habe auch das mit dem Licht verstanden. Was hast du verstanden? Im Licht. Im Licht war gut. Jetzt? Nein. Ich hab was gebraucht dafür, aber ich hab's verstanden. Sehr schön. Danke schön. Danke schön.